Große Erklärung ist billig, kann jeder abgeben. Große Erklärung zum Klima und dann nichts tun, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, das bringt es. Man kann nur selber auf einem privaten Level was machen, selber versuchen, energiesparende Häuser zu bauen, Autos zu bauen, die wenig Energie verbrauchen, das muss nicht unbedingt Elektroauto sein, gibt es auch andere Autos und das ist das Wichtigste. Meine Familie hat versucht, das möglichst auf einem privaten Level durchzuziehen. Untertitelung des ZDF, 2020